Das ging schnell, das Match Wahrscheinlich genau die gleichen Kann natürlich sein Ne, sind's nicht Was bannen wir denn mal? Ich hab den First Pick, da brauch ich eigentlich kein Quark-Bun Ich hab den Last Pick Ich möchte Helio Wen bannen wir denn? Weggehen sie mal auf den Keks Asana wird so oft gepickt, oder? Zum Beispiel Ja, um Kita ist noch Disabled Ich bleib mal noch in der Asana Ja, keine Lust, dass die irgendwie rumhüpft Lustigerweise, die geht mir gar nicht so sehr auf den Keks Aber sie nehmen einfach so viele Dass ich mir denke, mhm Lass mal das einfach So, ich muss mit der L spielen Das ist keine L Der ist Celeste Ich hab ans Richtige gedacht Türen will richtig, aber Munmund sagt nein Warum hat der erst von denen kein Fragezeichen? Weil der beim Auswählen ist noch nichts ausgewählt hat Das könnte lustig werden Black Hole Power Ja gut, Black Hole Power kannst du ja aber so ziemlich mit jedem Frontliner machen Die können ja alle rein dashen Oh, das stimmt schon Außer vielleicht Rampart Aber ansonsten können alle rein dashen Stimmt, hast du eigentlich recht Eigentlich kann das jeder von denen Können rein dashen Ich kann zeigen, dass ich jetzt ein Creator bin Auch wenn du jetzt noch nichts siehst Außer vielleicht rechts unten Ich weiß nicht, ob sie da gezeigt wird schon Da hast du dieses Diese Planeten C, oder was? Ja, das Planetending, ja Ja, genau Ich bin nämlich Creator, yay Nice Ich hab bei meinem letzten Skin schon zwei von den Lockwood-Citatel-Skins rausgehauen Report Player Ey, nein, nicht mich reporten Nur weil ich Skins verlose, nicht reporten Ich weiß nicht, ob das jetzt gezählt hat zu dem Zu dem Auftrag mit Dingens zu spielen Mit Corp-Skins Corporate-Skins Aber ein Omni-Skin müsste eigentlich dazu zählen Äh, was ist dieses Bildchen von dem gärischen Lockwood? Ich dachte, das war's Ja, da hab ich auch nachgeguckt Das hast du auch Das ist für High-Tier-Ranking-Play In Season 1 Okay Das ist sozusagen das, was du dauerhaft behältst Your team is land Während die anderen hast du immer nur Je nachdem, wie gut du in den letzten Season warst Also das Platin haben wir auch bloß Weil in den letzten Season Platin war noch nicht War halt noch nicht für Ach ja, ich hab ja diesen Super Saiyajin-Seitenwind Sozusagen, ja Ist das so Allonsi! Allonsi! Terror Schneemann hier Ey, ich hab drei GG-Boost eingesetzt, aber mehr GG-Boosts Machen wir mal so irgendwie Oh, nix rennt Außer der macht die unsichtbaren Rennen über den halben Platz Ja, ich treffe wenigstens was, Jungs Hey, ich hab auch was getroffen Na gut, verbündelt, kann ich auch schlecht verfehlen Möglich ist alles Ja, hast du eigentlich recht Der Lipp da verstehen, okay Wo der steht hin? Zeig es mir! Da! Da ist die Fliege da so rüber Boah, Game! Irgendwie hackst du gerade so ein bisschen Boah, Game! Ja, das Game hat irgendwie Game, 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 Game! Warum hat er denn jetzt geschrien? Das verstehe ich nicht Oh, nice! Er hat auch aus mich gezogen Ja, Hauslin ist voll einer über den Nischel, ja Bam! Oh, der tut weh Der auch Gefangen! Achso, das meine ich, stimmt Da habe ich gar nicht drauf geachtet Mit dem Black-Ding Oh, ich stehe ein bisschen ungünstig Aber ich kann gut mit dem Hammer drüber Hauen Und schild die mich selber Ich stelle mich noch schöner rein Vielleicht kommt ja wer mit Was hält zwei Runden? Was hält zwei Runden? Die Falle Wer ist denn? Nix Äh, deine Falle Meine Falle hält noch drei Also nach der dritten ist du dann weg Also ja Aber sie ist auf ihre Dinge ins unten gegangen Mit Sicherheit Deswegen ist sie jetzt auch schon unsichtbar Man hat sogar gehört, dass sie gedasht ist Zack Sieht echt aus Aber Ich habe trotzdem noch viel getroffen Ja Auch wenn es leicht ungünstig war, weil Er gerade geweakt ist, die Runde Ich bin ja nicht bis darüber gekommen So lange Arme habe ich nicht Was? Nicht? Ne, sie sind mir quasi die Hände gebunden Ha So, testen wir mal, wo sie da steht Oh, ich glaube ich treffe sie Zumindest mit einer Hand Jetzt hast du es getan Schau dir vor mir Ich glaube die wollen unsere Nix Ist nur so ein Gefühl Nur so ein kleines Mh Oh, glaube ich, glaube ich Nicht rein Hoffe ich Unser Frontline Unser Frontline macht irgendwie wenig Frontline Arbeit bisher Muss ich mal so mich beschweren Viel Pause Macht viel hinterherrennen vor allen Dingen Der Goodie Mann Tja, in meine Fallen mag keiner reinlaufen Wie ich merke Weitere, in meine Falle Ich bin ja einfach so ein wenig Schöne aus, da. Er hat doch geschummelt ja nix. Aber du bist halt auch tot dafür, dass du bist ein Problem daran. Das ist kein finales Wort. Das war's. Panic blinds you. Panic blinds you. Und wieder die Black Hole drauf. Jetzt machen sie glaub ich dich. Auch nur uns Gefühl. Ja, dann mach ich gleich meine Ulti. Ja, das klingt gut, dass ich hier meine Ulti mache. Möchtest du ein Schild? Ich glaub wir gehen eher auf dich als auf mich. Gib mir ja selbst schon ein Ulti, 60 Schild. Das sollte reichen. Hier, Chris auch rein. Und dann gib her. Immer gütig. Lass uns das auf die nächste Level nehmen. Jetzt haben alle drei ein Schild. Oh, frech. Der hat sich, glaub ich, gefadet. Der hat sich, glaub ich, gefadet. Das ist natürlich bitter. Doch. Das ist natürlich echt bitter. Das ist natürlich echt bitter. Oh, Mann. Und? Töch. Oh, ja. Wie gern würd ich mich jetzt einfach da rein dashen. Soll ich Man-Mode machen und da reindaschen? Ich mach schon Ulti, du musst es vielleicht nicht jetzt auch noch machen. Biomonster macht schon GG. Alles klar. Oh, nix hat gerade noch nichts in der Ulti, ey. Da fährt noch irgendein Punkt. Zurück in die Anneliese. Surprise, surprise! Oh, alle drei geweakt. Das ist gut. Ja, sie haut da dran, aber ich wünsche immer noch zwei. Ist okay. Doch, das war schon wieder ein Fade. Nee, das war glaube ich ein Medium Distance. Chaos kommt für dich. Hohohohohohohohohoho. Hohohohohoho. Aber M hat das halt auch noch rein. Ulti-Clusterfuck, ey. Zeit für Spray und Flasch! Ich denke, wir nehmen mal an, dass er jetzt einfach... Moment mal, da ist jemand auf dem... auf dem Ding gewesen. Auf der Heilung. Seh ich jetzt erst. Er stirbt doch sowieso! Warum tust du? Es ist nicht meine Zeit! Das Universum ist mein Geform! Ich zurück zu der Source! Oh nice, so viel Ulz gewastet! Das ist natürlich ne Overkill. War nicht am besten. Bei mir liegt Orion so schön auf dem Kasten rum. Ich werf dich mal rum. Was wo liegt denn? Orion auf dem Kasten? Ich sehe gar kein Orion mehr. Ja, Orion, der liegt bei mir genau auf dem Kasten da oben. Ne, in der Heilung. Mir liegt hier gar kein Orion mehr! Ja! Jetzt hab ich runtergeschmissen. Ha! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das ist natürlich kacke! Oh! Ja, ich konnte nicht mehr viel ausweichen. Ich war ja nichts mehr mit Ausweichen. Ja, links war natürlich... Ja. Wenn ich hier nur draufholzen könnte stehen bleiben. Verdammt. Ich fühle mich glücklich. Ahhhh... Bei uns sind drei Leute tot. Wenn er jetzt feiert ist, ist er auch tot und dann aber wieder verloren. Ich habe meine eigene zurück. Er hat einfach wegrennen sollen. Dann war nur noch. Ja. Nichts machen. Einfach weglaufen. Du kannst rennen, aber du kannst nicht schlafen. Nein! Jetzt ist er nämlich so wie tot. Ja, er stellt sich auch mitten rein. Nice! 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 Guter Mann. Guter Mann. Ich mache nicht genug Damage. Mit Celeste. Ja, er weicht aus. Du musst nicht schüllen ihn. Würde ich behaupten. Das hätte ich nicht gesehen. Ja, ich habe sie nicht gesehen. Tränke. Ich gehöre dazu. Nein, du bist geweekt. Er hat trotzdem aufgedeckt. Bequatschen, um zu empfunden. Das ist natürlich später. Äh, damit kann natürlich keiner rechnen jetzt. Muss man ja ehrlich sagen. Sie haben das aber abgezirkert. Sie haben gewusst, dass das Dashen sind. er kriegt alles alles ja er kriegt black hole und schild ich bin zweifel dass es überlebt wenn er sich danach noch offen hinstellt und diesen alle auf fast vollem leben bis auf grey achte sich die schilder ist natürlich eine ansage ja aber ich glaube er ist trotzdem tot ja das ist ein Gefühl ich versuchte das ist eine gute versuch aber dann bist du ja na gut ich habe verloren ja umgelaufen dass der nix hat frontline gespielt hat bisschen kacke bin ich der meinung 200 prozent aber so guck mal wie viel damage der gefressen hat ey der hat sich vor unseren frontliner immer gestellt mann in nix der vorne stehen will läuft nicht läuft oh ich habe eine loot matrix loot matrix loot matrix und ich kriege von wie in es waren es wird val mann